Meine Empfehlung geht dahin, erarbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern zusammen ein übereinstimmendes Qualitätsleitbild. Planen Sie Ihren Mitarbeiterbedarf realistisch. Nicht zu viele Mitarbeiter, nicht zu wenige Mitarbeiter. Stellen Sie den Mitarbeitern die richtigen Arbeitsgeräte und die richtigen Reinigungsmittel zur Verfügung. Sorgen Sie für Arbeitssicherheit und schulen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig. Und damit Ihnen die Schulung leichter von der Hand geht, wurde diese Drehscheibe entwickelt. Und auf dieser Drehscheibe ist auf acht Feldern optimal erklärt, in welcher Reihenfolge ein Zimmer gereinigt wird. Sie soll Ihnen Hilfestellung geben, um zusammen mit Ihren Mitarbeitern in das Gespräch zu kommen, bestehende Arbeitsabläufe zu überprüfen und vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was kann in unserem Hotel besser gemacht werden. Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg!